Hallo Leute und Willkommen zu einem neuen Projekt von Sony Computer Entertainment und Naughty Dog Bluepoint Games präsentiert. Anschaltet die Nathan Drake Collection mit Drake's Fortune Among Thieves and Drake's Deception. Ja, ich habe es mir mal geholt, dieses Spiel. Ich habe noch keinen Teil gespielt, also ich habe sie auch nicht gesehen, noch gar nichts, das ist für mich komplett blind. Schauen wir mal kurz in die Optionen. Language, machen wir mal was ganz Neues auf meinem Kanal. Deutsche Sprache. Ist jetzt übernommen, ja super. Dann starten wir auch direkt mal in das Spiel rein. Unter Titel brauchen wir keine. Fast. Alles. Gut. Ab ins Spiel. So, jetzt haben wir es auch. Das ist der Download hier. Fertig ist. Okay. Wir könnten auf Crushing spielen. Wir spielen aber mal auf normal, weil ich ein Neuling in diesem Spiel bin. Ja, ich würde gerne eine neue Datei erstellen. Dankeschön. Okay. Normal. Und laden, 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 laden. Lala. Das war einmal in einer dunklen Nacht. Mitten im Wald. Ich bin zu langsam. Der vor über 400 Jahren im Meer bestattet wurde. Haben Sie denn überhaupt keine skrupelige Beine Ihres Vorfahren zu schänden? Schänden ist kein schönes Wort. Und überhaupt? Sie glauben mir doch nicht. Naja, ich hab mich informiert. Und soweit ich herausgefunden habe, hatte Francis Drake keine Kinder. Auch Historiker liegen mal falsch. Ja, zum Beispiel kann man eine leeren Sarg nicht schänden. Zur Hölle. Ein Buch. Der Typ gefällt mir jetzt schon. Der Nathan. Los, zeigen Sie mal. No, no. Nein, nein, was soll das? Der Deal war für den Sarg. Mehr nicht. Warten Sie mal, wenn mein Sender diese Expedition nicht bezahlt hätte, dann... Hey, hey, Sie haben Ihre Story, Lady. Mr. Drake, wir haben einen Vertrag abgeschlossen. Ich habe das Recht, alles zu sehen, was wir... Er fickt Ihren Vertrag gerade kaputt. Sully, wir haben ein Problem. Beeil dich. Hey, warten Sie. Was ist hier los? Äh, Piraten. Piraten? Ja. Und die Jungs machen... Keine Gefangenen. Naja, keine Männlichen. Hä, was reden Sie denn da? Soll ich Sie jetzt hier schießen, oder was? Äh, sollten wir nicht die Marine zur Hilfe rufen? Tolle Idee, nur haben wir leider keine Genehmigung, um hier zu suchen. Was? Ja, wenn Sie also in Panama nicht im Knast landen wollen, sollten wir uns selbst darum kümmern. Was ist schlimmer? Sie waren offensichtlich noch nie in Panama im Knast. Können Sie damit umgehen? Äh, klar, wie mit einer Kamera. Man hält... Voll drauf. Sehr gut. Geil. Okay. Haben die uns hier draußen gefunden? Ach, die Typen verfolgen mich seit Wochen. Ich dachte schon, sie wären weg. Was haben Sie diesen Kern getan? Äh, das ist eine lange Geschichte. Oh. Pipiu. Pipi's nachladen. L1, okay. Oh, ich werde richtig gut. Oh, erster Trophäe. Headshot-Experte. Oh, Muni aufhebt. Nicht da. Trau dich nur. Nein. Oh, motherfucker. Werden Sie jetzt ganz schön gnadenlos in den Popo pumseln. Hey. Okay. Bei dem klappt es irgendwie nicht. Ah. Hö, da sind ja noch welche. Alter. In Ordnung. Oh. 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 Ja, der hat einen Raketenwerfer. Okay, das ist nicht gut. Nein. Was ist das? Oh, nein, Sonny. Oh, meine Kaution kriege ich dann wohl nicht zurück. Die Kamera, die kommt. Oh, Gott sei. Okay. Wir sind ein bisschen in Bedrängnis geraten. Die Kamera funktioniert doch eh nicht, wenn sie ins Wasser springt. Ich kann aber wohl keine fünf Minuten alleine lassen. Ich kann aber wohl keine fünf Minuten alleine lassen. Nein. Eigentlich lief es ganz gut, bis das Boot in die Luft geflogen ist. alles klar eine therapie wird schon richten so ein schamme die tue die tue ein kleines geschenk von franzes die haben sechs tage ich hatte doch recht sein tod war vorgetäuscht er muss große pläne gehabt haben danke fürs ausleiten ein blick ins tagebuch hätte ich mir verdient finde ich na na jetzt sind wir im dschungel im pazifik aufkreuzte die spanier total überrumpelt er kapierte ihre schiffe keine gebäude briefe tagebücher und notierte alles hier drin genau bei seiner rückkehr nach england beschlagnahmte die krone all seine karten und logbücher auch das hier und verpflichtete die besatzung zum schweigen ja und das verstehst du Drake hat damals etwas entdeckt etwas so geheimes und so kostbares dass es keinesfalls rauskommen durfte ja schon gut ne tu mal einen Moment so als wenn mir die sagt Quatsch egal und komm auf den Punkt ok kommst du eigentlich immer gleich zur Sache da brauchen bestimmt total drauf bitte wie du willst dann kommt jetzt der gute Teil nur für dich Dorado El Dorado er hatte wirklich große Pläne auf einmal interessiert es dich ja aber leider nein die letzte Seite fehlt ja ich sag's dir Sully das ist es endlich haben wir Glück ja dann wäre ich nicht so freilich aber wir haben ein kleines Problem ja das sage ich doch explodiert versenkt aber dafür gibt es ja Versicherungen stimmt's oh 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 nein die Kamera nein die Kamera ist ganz mach dir um die keine Sorgen praktisch wie neu Sully das Mädel ist knallhart du hättest sie sehen sollen toll dann die doch und sag ihr dass wir die goldene Stadt gefunden haben vielleicht bringen sie es heute ab noch im Fernsehen na komm schon hey vertraust du mir mehr oder weniger gut denn bald ist jeder klein kriminelle der Welt hinter diesem Schatz her wir müssen sie loswerden sofort du bist ein echter Gentleman Sully ist mies sie wird zum Beispiel nein das ist unser Budget interessiert mich nicht ich mein ist dir klar dass das die größte Story des Jahres wird hi nein ich trau ihnen nicht okay darum müssen wir uns richtig wir trauen die auch nicht wir trauen die auch nicht wir trauen die auch nicht tschüss alles richtig gemacht die Suche nach El Dorado ein bisschen Fitness geht schon für die kleine Kellnerin in Lima hat es aber gereicht was das ist was anderes aber ich gebe es zu wenig anstrengend war es nicht na du hast das gleich geschafft wir sind fast da alter Mann da fällt mir was ein hab ich dir mal erzählt wie ich Pablo Escobar ein gefälschtes Bild aus dem ach so piss dich riskant klar aber als er es rauskriegt da war ich schon hey hörst du mir eigentlich zu nö überall umgucken es kann ja immer wo was geben ja gut wobei doch am Anfang könnte es auch wahrscheinlich was geben direkt ich traue und spiele alles zu ich traue vielen spielen alles zu wobei eigentlich nicht ich traue nur vier spielen alles zu die gut sind oder als gut betitelt werden so ich denke mal ups ja das war's das scheiße war nein dass ich die Parts ungefähr 25 bis 30 Minuten lang mache pipapo ja auch nur je nach Lust und Laune oder wenn ich denke mal wenn ein Kapitel vorbei ist so wie bei Until Dawn halt ungefähr auch wenn Until Dawn glaube ich nicht so umfangreich war wie dieses Spiel hier wie Uncharted ja aber hier gibt's nix muss ich jetzt da lang ja ich bin aber Nathan Drake Nathan Drake hat immer recht ist hier irgendwas für was kann ich hier denn hoch ich bin mir nicht sicher ob da nicht was ist ja es könnte ja böses im Busch sein das ist es Blut nein das ist Gestein eieieieieieiei nicht so falsch ab nein wir sind schon richtig hier ist nichts bleib ruhig sein ganz locker dann sehen wir uns mal um ich habe doch irgendwo bestimmt schätze wenn sie was händen hier das sagenumwobene Eldorado sein soll eigentlich ach so dann find mal ne Nonne im Bordell oh Deli süß hier kann man locker viel Zeug verpassen würde mich echt nicht wundern wenn man da hochklettern könnte oder hier aber der Typ kann ja gar nichts zumindest noch nicht ich muss da rüber ich würde mich unten zuerst gerne umgucken södlödel müdlödel wenn mal so kleine Sprünge hier drin sind sind in den Videos so ungefähr bei 15 Minuten dann wundert euch bitte nicht weil ich muss zwei 15 Minuten zweimal 15 Minuten aufnehmen mit der Plasi über das Sony interne Aufnahmeprogramm also es sind mir nur minimale Sachen könnt ihr euch ja schon bei Antildern aufgefallen sein oder so Dschungel habe ich gefunden ganz ruhig braune irgendwas stimmt hier mit dem Boden nicht wie oh oh oder hätte ich jetzt darüber gekonnt ja doch der tag ich bin zu spassen ich kenne das spiel doch noch nicht so gut habt ihr auch jetzt hoffentlich wieder schnell hoch damit die natan rüber fertig rüber genauso habe ich mir das vorgestellt gibt sie schon irgendwas schatz oder so als ob er das bewegen kann das doch bestimmt hell ist schwer mann klein ich bin gleich klein du und holt ok er box mich schaltet hatte die jetzt von einer eingeschalten oder habe ich die von alleine wahrscheinlich krasse scheiße hier krasse scheiße was für ein nettes das ding ist schon vor langer zeit geplündert worden nein das war sicher nicht schau dir das mal an die spanier sind ihm wohl zuvor gekommen ich habe mir wirklich was erhofft dann macht man keine schulden und was ist mit dir was soll das denn heißen die reporterin habe gesehen wie du sie anhimmelst bei der bin ich unten durch seitdem wir sie am dock stehen gelassen haben in der liebe und im krieg ist alles erlaubt und was soll denn da bitte der unterschied sein das mein freund muss es schon selbst auf das ist schon eine gute frage die spanier haben echt viel Mist da gelassen ach komm die haben bestimmt hier irgendwas vergessen das sind spanier also bitte sind zwar nicht so schlimm wie die frau ne ich spare mir das kommentiert das ist alles ach nö vorsicht nade das ist echt tief kein witz oder habe ich genau gesehen gibt es hier eigentlich schätze oder sowas in dem spiel müsste es ja bestimmt geben die man sich hier so nebenher findet kann und plündern ich bin drüben ich bin drüben doch warum muss ich halten das kann man bestimmt anfeuern das kenne ich doch ich glaube das kenne ich aus tagebuch das ding scheint eine art lampe oder leuchter zu sein versuch mal das anzuzünden yo deliziös voll das geile lampensystem wir müssen den schratt irgendwie weg stehe doch nicht im weg um meine hand ja dafür brauche ich eine fackel oder so ich habe hier keine fackel hallo ok ja gut das kann man das war natürlich dass ich da nicht drauf gekommen bin als rätsel spiele spiele ok ich dachte ich kann da so rüber springen ja 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 ich weiß echt nicht sagen wir mal bitte nicht man hätte auf die andere seite da auch hingekommen ich glaube es wäre fläche rausgekommen glaube ich mal aber an dieser stelle bedanke mich fürs zugucken für den ersten part von uncharted 1 ich hoffe es hat euch gefallen und ich hoffe ihr werdet auch wieder weiterhin einschalten bei den videos und bis zum nächsten part tschüss